Sehr geehrter Staatspräsident Macri, sehr geehrte Damen und Herren, ich übermittle Ihnen herzliche Grüße nach Argentinien. Nach Deutschland wird nun Ihr Land die G20-Präsidentschaft wahrnehmen und damit große Verantwortung übernehmen. Denn die G20-Staaten vereinen mehr als vier Fünftel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Damit entscheiden sie wesentlich über die Zukunft der Weltwirtschaft und das Wohl aller. Umso wichtiger ist die Zusammenarbeit als G20. Ohnehin können wir die großen Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam besser bewältigen als jeweils allein. Das haben wir auch beim G20-Gipfel in Hamburg immer wieder unterstrichen. Dort ging es uns neben klassischen Wirtschafts- und Finanzfragen auch um Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung, die Partnerschaft mit Afrika, um Flucht und Migration sowie den Kampf gegen Terrorismus und Pandemien. Zu all dem haben wir uns auf ein gemeinsames Handeln verständigt. Klar ist aber auch, globale Fragen lassen sich nicht von heute auf morgen beantworten. Daher ist es so wichtig, Kontinuität in der Zusammenarbeit zu wahren. Genau dazu dient die Troika aus der jeweils vorherigen, aktuellen und nachfolgenden G20-Präsidentschaft. Nun sind es Deutschland, Argentinien und Japan, die in besonderer Weise für die Fortschreibung der G20-Agenda sorgen. Deutschland ist gerne bereit, über einen breiten Erfahrungsaustausch zum Erfolg der argentinischen Präsidentschaft beizutragen. Unsere beiden Länder pflegen bereits eine jahrzehntelange und gute Tradition der Zusammenarbeit. Sei es in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur oder natürlich auch in der Politik. Im letzten Jahr konnte ich Staatspräsident Macri in Berlin begrüßen. Umgekehrt hatte ich in diesem Jahr die großartige Gelegenheit, in Buenos Aires Ihre Gastfreundschaft zu genießen und gute Gespräche zu führen. Lassen Sie uns zusammen für unsere gemeinsamen Ziele engagieren. Ich wünsche Argentinien eine erfolgreiche G20-Präsidentschaft.